Wenn wir Buchstaben sehen, drehen wir am Rad. Das Glücksrad ist zurück. Alles Gute kommt wieder, nur besser. Dreh mit. Rate mit. Ein Tier wie Theodor. Ich kaufe ein G wie Glücksrad. Ich hab meinen Schuh verloren. Besser der Schuh als der Schlüpfer, sag ich immer. Der Gute-Shows-Gute-Laune-Donnerstag mit einer neuen Folge Glücksrad. Schaltet unbedingt ein. 27. April, 20.15 Uhr. Bei RTL 2. Das Glücksrad ist zurück. Eine neue Folge Glücksrad. 27. April, 20.15 Uhr. Bei RTL 2. Alles Gute kommt wieder, nur bunter. Herzlich willkommen beim Glücksrad. Nur genialer, nur lustiger. Let the game begin. Alles Gute kommt wieder, nur besser. Der Gute-Shows-Gute-Laune-Donnerstag mit Glücksrad, Glücksrad, Genial Daneben und Promi-Game-Night. Ab 27. April, immer donnerstags, 20.15 Uhr. Neu bei RTL 2.